So, jetzt hab ich's geschafft. Oh mein Gott, das war grad jetzt ein bisschen wieder lost von mir. Aber, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, weil ich vorhatte. Und es funktioniert jetzt. So, ich mach's mal kurz. Einmal, jetzt ist das ne Spielerei wieder. Einmal kurz auf meinem Display-Monitor, meinem PC-Case, den Stream-Chat drauf machen. Weil dann hab ich jetzt einfach euch auf meinem PC-Case. Der Post-Streamer. Klar, Apo. Ich bin immer der Post-Streamer. Da gibt's kein Wenn und Aber. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Oh, das ist doch ein bisschen kacke irgendwie gerade, bin ich ehrlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah. Hm. Hm, okay, warte mal. Okay, warte mal, warte, ich hab's gleich. Einen Moment. Einmal kurz gucken, was noch geht. Ja, so geht's. So geht's. So. Was geht? Hallo, Joel. Warte mal, warte. Doch. Hallo, Joel. Willkommen im Stream. Und Kuss geht raus. Seit 28 Monaten. Bei den Gönnern. Einfach geisteskrank. Und natürlich auch hallo, hallo an die ganzen Leute, die im Stream-Chat dabei sind gerade. Wie gesagt, ich hab hier gerade den Chat auf meinem Monitor jetzt offen, das mal auszuprobieren. So, und ich muss noch kurz mal die Leute noch mal penetrieren und nerven auf meinen Discord-Server. Machen wir auch noch mal kurz, schnell. Ah, Moment. Und dann gehen wir los. Dann legen wir los. Zack. Und wo ist jetzt nur noch Notrofarmburg? Notrofarmburg ist hier. Okay, okay, okay. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Erstmal natürlich auch hallo, hallo. Die ganzen Leute, die dabei sind, natürlich. Wie heißt das? Roblox normal. Stimmt. Das kann ich wieder reinschreiben. Aber dann muss ich kurz mal im Case weg sind. Ach, das ist ein dummer Luxus, wirklich. Roblox-Username. Warte. dann einmal anpinnen umfragen starten so und dann haben wir gleich alles er hat von den verkehrten streaming wieder drin deswegen hat nicht funktioniert ach wunderschön dieses feature wenn ihr das sehen könnt gerade das ist so bescheuert bekloppt dumm aber es ist so genial wieder so okie dokie so 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 dann würde ich sagen gehen wir in roblox rein würde ich sagen ne mehle leute mehle leute dann würde ich sagen gehen wir in no drove hamburgers rein ich habe immer vor fake crime zu sein als politizist um zu gucken welche poli welche crimes damit austricksen können das ganze seht ihr gleich mal kurz nur ok so so jetzt zeig es mal kurz nämlich wie ihr seht bin ich naja ich bin ein crime la ohne crime zu sein und wie das geht ist ganz einfach indem ihr hatte war da war da war da ich versuche zu sehen zu kriegen ähm warte 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 habsgleich 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 ein moment wo ist es hier profi streamer achtung hallo bittchen ach kein gerät angeschlossen genau hier in meiner roblox ugc gruppe da können wir wie gesagt hier sehen da gibt es jetzt die bundespolizei aber ich habe natürlich gedacht dass wir natürlich noch doppelt ausnutzen und deswegen gibt es jetzt bundespolizei merch noch mehr in meiner ugc gruppe und natürlich jetzt auch normalen polizeikram wir können wie gesagt feld crime einfach hier nutro fernburg machen mega geil der bot nimmt da ganze arbeit ab ja normal so muss auch sein aber du so muss auch sein und wenn ihr mitspielen wollt müssen wir einfach nur auf roblox folgen und dann seid ihr schon dabei im spiel so ich gehe mal als zivi das geil ist ja in notro fernburg als zivi man kann ja wo man licht hier mehr licht man kann ja hier die rüstung abziehen und auch sogar wenn die rüstung drauf wäre ist meine weste so über der notro fernburg weste das heißt einmal abziehen plupp hatte jetzt mal plupp und dann seht ihr schon ich sieh aus wie einfach ein crime typ ist das geil oder ist das geil ich finde das geil ja jetzt im roblox ist oben chat angepinnt voll ungewohnt immer jetzt nach rechts zu gucken weil ich habe eigentlich immer den chat links gehabt deswegen ich gucke mal wie das so sich anfühlt ob das gut oder schlecht ist und dann sind wir weiter so dann würde ich sagen gehen mal kurz hier rein und krippen uns einmal item auffüllen und item auffüllen spiel doch extrem laut irgendwie ne ich krieg hier einen halben hörsturz warte schlange schon so schnell ja die kommt die kommt schnell ne die warte schlange dies fest so ich guck mal gerade okay ja ich glaube mit mit ein widget von dem wir das noch ein bisschen geiler aber so wie es aktuell hat in den chat das geht einigermaßen ich kann auch sogar warte mal so da ist der chat jetzt ein bisschen kleiner sehe ich gerade ich hier drauf drücke ne damit das er größer weil okay egal 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 ich würde sagen wir holen uns natürlich wieder den t6 weil wir brauchen hier die maximale t6 action wie komme ich rein du musst mir einfach auf roblox folgen username ist oben angepinnt und wenn du das gemacht hast dann kannst du mir schon hinterher joinen mit ein bisschen glück natürlich wo und soll dann komm mal werkzeug damit auf jeden fall ausgeraubt ich habe ich habe glaube ich vor heute beides zu machen ein bisschen polizist und dann noch ein bisschen feuer wenn man gleich den einsatzleiter freischalten kann das ist meine mission hier in notruf hamburg heute ich habe keine robux das ist doch nicht schlimm das ist doch nicht schlimm privat oder was nee nee public ich bin public ich bin public so ah geiler ping geiler ping kannst du dich grüßen heißen louis louis sei gegrüßt willkommen im stream ich muss doch den chat drüber packen das ist eigentlich eine ganz geniale idee aber das ist irgendwie gerade lästig weil das so klein ist und ich das in meinen kopf verrenken muss dabei warte mal machen wir auf oldschool so machen wir mal auf oldschooler hase so machst du auch discord call mit fans weiß noch nicht muss ich mal überlegen aber könnten wir safe sollen wir das mal ende des streams machen sollen wir mal ende des streams das machen sondern ein paar discord calls machen auf meinem discord kann sich grüßen heiße game freaks hallo game freaks ich grüße game freaks sag mal ey der war clean meine güte ist auch wieder viel los wo ist denn eingeflutscht opa la sag mal baby lukas gewalt ist und bleibt keine lösung ne so nicht minion so der nächste weißt du ah wunderschön ey boah ich weiß gar nicht jetzt also wenn ich gerade hier in action handcuff versuche only das fühlt sich irgendwie ich weiß nicht es fühlt sich irgendwie ein bisschen weird an Also die Reichweite jetzt vom Update Die fühlt sich ein bisschen weird an irgendwie, finde ich Aber kein Plan Halt grüßen, ich bin's der Koala, natürlich Koala Sei gegrüßt So, warte, wo packen wir denn nochmal rein? Hier ist noch Platz So, dann wollen wir mal, ne? Dann wollen wir mal die fetten Moneten abholen Einmal aus dem Weg her Einmal aus dem Weg her Danke, danke, danke So So, so, so Ich geb dir V-Bucks, wenn du mich freilässt Boah, das ist Aber wo soll ich wissen, dass du mich nicht scams, Baby Lukas? Wo soll ich wissen, dass du mich nicht scams? Weil, ich sag mal so Free V-Bucks sind free V-Bucks, ne? Wie heißt du in Roblox? Aber langsam buchstabieren Ist oben im Chat angepingt Oben im Chat kannst du finden, wie mein Roblox-Name heißt Okay, ich muss das mal wirklich mal irgendwo einblenden hier, ne? Das sehen auch viele nicht im Chat Ähm, deswegen Einmal rein da So Abfahrt, weg damit So, der nächste Der ist, glaub ich, irgendwo hier festgenommen, genau So, einmal kurz den Einbuchten Und dann machen wir mal schnell ein Foto hier Dann machen wir mal schnell ein Foto hier Bevor wir jetzt zusammengeknüppelt werden Ja, genau deswegen Hey, wo ist der? Wo ist der? Zugriff! Irre Also, der Taser Immer noch schlecht in dem Game Der Taser ist immer noch maximal schlecht in dem Game Irre Oh Ah, okay, hat den Also, der Taser ist maximal schlecht immer noch in dem Game Oh, Mann Du kennst mich bestimmt, oder? Immer, sag mir der Name Immer, sag mir der Name Ich kann jetzt nicht grad zuorten, wo Junge, war der nicht grad erst im Knast, der Baby Lukas Bro, war einfach aus dem Knast raus Komm schon wieder in den Knast drin So Einmal aus dem Weg, bitte Du musst die AP machen Ich muss Leute veräppeln Ja, Baby Lukas Wie wär's mal, wenn du nicht Crime wärst? So, wenn du dich in dem guten, äh Gesetz hinrichten würdest, so Wenn du einfach den Leuten, der der Gerechtigkeit beitrittst So, verstehst du so? Wow Hab heute einen schlechten Tag Dann hoffe ich mal Nicole, dass der Tag jetzt besser wird Mit diesem tollen Leistung hier An einem Sunday Aha Wo rennt der hin? Wow Sag mal Okay, das ist ein echter Crimler Oh Boah, diese Range Ah Schlecht Einfach Nur Schlecht Da haben die Spikes Traps gesetzt Da hat alles gesetzt, was mir geht So Abfahrt Oh mein Gott Fast wieder hier gegen gekracht Aber auch Immer schlechten Tag Wenn du uns Streamen Mach mal was Oh man ey Also ich weiß nicht Koala Wo da Wo der Schmerz Ich hab auch immer so Schmerzen Koala Wenn du halt sagst Du willst halt Gerne Das ist unglaublich Der Typ Wirklich Ähm Ey Komm her Bumm Ey Nein Nein Warte kurz Wir haben ein kleines Problemchen hier Ich brauch ein bisschen Unterstützung Bin äh Fast am Ditten Warte mal Haben wir keinen Kikkoi mehr? Nein, das ist ja schlimm Wir kommen alle Hilfe Ach der Teller ist so Schlecht Wirklich Hier kann ich beitreten Einfach mir auf Rolos folgen Und wenn du mir auf Rolos gefolgt bist Dann kannst du schon beitreten Ah 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 Okay So Können wir jetzt raus Ohne dass ich hier nicht wieder weggeknüppelt Wir müssen was essen Und wir müssen ins Krankenhaus Eins von beiden Ich war heute erst zwölf Uhr am Laptop Ja Warum nicht, ne Das gute Wetter genießen, ne Ehenlos Nicht schon wieder Ja Sachen gibt's, ne Sachen gibt's Da frage ich mich auch Warum Die halt so sind, ne Ja Ja, wann hast du einen schlechten Tag? Meinst du mich? Also wenn du mich meinst, ne Dann hab ich nur einen schlechten Tag Weil mich der PC immer noch nervt Was ja nicht funktioniert richtig Mit der Beleuchtung Und das wird zum Riech am Montag wieder sein Am Montag wird das Ding aufschrauben Und irgendwas Irgendwas wird mich hier So dermaßen nerven Ja, dich Ja, okay Aber ich hab schon beantwortet, ne Oh Aua Aua Ich bin noch Crime-La Nimm mich mit in deinem Crime-Mobil Ey Boah, ich hab die Idee, Leute Das ist der Marketing-Move Sein großer Vater Ich werde einfach Ich werde einfach Ich werde einfach Das ist Eigentlich ist das voll genial Das ist echt genial Ich werde einfach Ähm Ich muss mal gucken Wie der Helm und so alles sitzt Ha Get rekt Ähm Ich muss mal gucken Wie der Helm und so alles Setzt Und ich wirklich ein Crime-Outfit Hier ingame anhabe Leute Weil Ich geh einfach Ich geh einfach Zu diesen ganzen FDS Und wie die alle heißen da Und mach verschiedenfarbige Ähm Westen Und äh Hast du nicht gesehen So Und Dann kaufen mir die Kaufen die Leute mir das Wie wilde ab Diese ganzen TikTok Äh Gangster Und dann mach Ja mit Mega-Songs Jo Das ist deren Business-Plan Das ist der Business-Plan Außer dieses Diese Familie Familie Das Santos Oder wie die heißen Die haben eh schon schwarz Also die können das direkt sofort Straight-up kaufen Jo Ey Wenn einer von Das Santos Das guckt hier Ne Kauft mein Merch Kauft mein UTC Kauft Äh Macht meinen Laden leer Nicht kleine Kinder ausbeuten Ey Das ist keine Ausbeutung Das ist einfach nur Ein Five-Head-Move Die 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 Föhnen sich doch alle so Und fetzen sich doch Immer so gerne Dann ist das genau Der Marketing-Move So Müssen wir jetzt lang Äh Wo steht mein Auto Da Was nennt man Marketing-Koala Das kennst du nicht Das kennt auch der 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 Investor nicht Der kennt das auch nicht Aber ich geh fest mit dem Auto Perfekt Spaß Ab ins Krankenhaus Ich muss die Karre Ehe nochmal reparieren Aber zuerst ins Krankenhaus Ah Leute Lässt da noch einer drin Ey yo Der da gerade hinten drin ist Im Auto Ich werde ich gleich einfach Absetzen Also Natürlich Im Gefängnis Aber zuerst Muss ich einmal kurz Hier rein Ach Digger Er hat mich einfach noch Im Eingang geholt Gottlos Einfach Einfach noch Im Eingang geholt Yo Medic Ähm Haben wir Horror mit der AP Ha Karma Lass mich jetzt frei Ey Ich hab ihn nie eingesteckt Das war wer anders Okay Bro Schieß mich einfach mit keiner Waffe Das sieht auch sehr interessant aus Das liegt daran Weil Einer Der ich in mein Auto gesteckt hat So Da kann ich nichts für Verstehst du so Oder vielleicht warst du doch drin Und ich hab dich einfach halt vergessen Das kann auch sein Ey Gar kein Problem So Dann warten wir mal Reiben wir unsere Hände Gehen Bösewicht Und warten dass wir Zierkot werden Aber mal kurz hier rüber So Und dann Richtung Bett Dann Richtung Bettchen Ach da pennt ja schon einer drin Ey Aber der Wetterp Aber wir uns wettlassen Ich glaub die Räume Gingen ja auch hier Ne Ja genau Die gingen Die gingen Summer Genau Schieß drauf Einfach drauf schießen Keine Widerworte Hä Hallo Ich hab ein Fest Hä Oh mein Gott Der Polizist Der da Der schlägt Der blaue Der tut mir weh Ach man Der nächste Der jetzt Nervoll Ach Das ist so kacke Wirklich Nein Schon wieder Hallo Geh runter Hallo Nein Nein Die ist krank Das ist so schlecht Und Och man Ich will mich doch einfach nur hielen Ja der kommt ja früh der Taylor jetzt Fahres wie lange streamst du noch Oh noch ein Stückchen Wie kann ich dich nicht als Freund machen Einfach nicht als Freund haben So ganz einfach So nicht Keine Freundschafts-Anfrage senden Weil ich ihn nicht annehmen werde Ähm Einfach aus dem Grund Weil es sonst unfair wäre Ging über einen anderen Deswegen So kannst du einfach nicht mit mir befreundet sein Ganz einfach So ganz einfach kannst du nicht mit mir befreundet sein Ich weiß gar nicht was es besser gibt Polizei schnell Oh Polizei kann ja gar nichts Da muss man alles hier selbst in die Hand nehmen Ach Genau Nimm dir mal hier fest Das geht ja gar nicht Guck wer Startfeind Nummer 1 ist Ja wenn ich mich erstmal hier kurz hochheben könnte Dann kann ich gucken wer Startfeind Startfeind Nummer 1 ist Aber ohne Leben geht da nicht viel Ola von Basti X Willkommen im Stream Ja Also 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 da 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 kackt sie aus eigentlich So Dann haben wir es doch gleich schon Ne Können wir gleich hier raus Noch ein bisschen Ich muss auch immer gleich noch ein paar Kekse kaufen Hallo I'm from England Äh Hello I'm from Äh Deutschland I'm from Deutschland Moin Servus So So hat es heute reichen Aber können wir mal wieder rausgehen Ne Let's go Aber erst mal stimmt Wir müssen mal gucken Der Startfeind Nummer 1 ist Dann war da Ziki war klar Das hier wieder Ey Man Der Taser ist so kacke Es ist unglaublich So Jetzt reicht's Jetzt Jetzt reicht's Moin Muss noch kurz ihn reinpacken Aber wir gehen jetzt auf den Senkel Der da Einmal wieder stehen bleiben Machen wir mal kurz die Handsteine hier noch mal poppen Ne Das Ding da Einmal stehen bleiben Handsteine AP Ey Einmal stehen Sag mal Ey Wer hat mich Hä Hab ich jetzt hier gesniped oder was Ich hab hier keinen Tracer Kein gar nichts gesehen Oh Ne Habe ich nicht Co Boah Jetzt war der Wetter Man echt müde Ne Das ist insane Ja Ja Du auf jeden Fall nicht Du bist auch nicht der Profi Ja Schon zehnmal tot Er sagt wirklich so Ne Ich werde einfach gleich Ähm Crime Criminal So rum Äh ne Nicht Crime Criminal Das ist das gleiche Ich werde einfach gleich Äh Crime Feuerwehrmann So ein Ding ist das Aber hey Wenn ihr Notarzt leben wollt Ne Kommt vorbei Bei den Streams lohnt es sich immer Ähm Pump mich mal zu Mit dem Zeug Und dann geht es gleich weiter So 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 Ey Ey Sag mal Boah der war aber auf den Kopf getroffen So jetzt reicht's Jetzt reizt Jetzt geht's Jetzt geht's Jetzt geht's ins Knast Kartell mit Doppel L Cooler Name Kartell mit Doppel L Ist schon alles voll oder wie hier wieder Mann 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 Wir müssen mal kurz hier weg Ich bin irgendwie Kriegsfeld auf dem Äh Gelände hier Wie viele Leute sind am Auto drin Die wurden alle vergessen einfach Oh Mann ey Die Armen Ja Jeder Einzelne der da drin sitzt Wird beim vergessen Aua So Gucken wir mal lang Oh Warum steht da ein Auto Wer hat denn Ich hasse dieses Game so sehr Jo Wir haben noch ein ARC Habt ihr gesehen Ne Ähm Notruf ARC Hilfe So wir waren mal kurz Weil unser Auto Ähm Ja Kaputt ist So Und dann waren wir mal kurz Das Ey Oh Ich hasse die neue Rüstung Wirklich Ey Von beiden Seiten Ist es unfair Bro Das Ding ist Diese neuen Mit der Schutzwest Geschichte Das ist so schlimm Das ist Real Talk So schlimm geworden Jetzt werden auch die Leute sogar noch hochspringen Hochkriminell hier Hochkriminell hier Ich weiß nicht wie das so eine gute Idee ist hier das zu machen weil er war das Ding an die Hof fliegen kann Oh okay Ich habe gesagt Das war doch ein bisschen epischer als gedacht im Tunnel Aber wir müssen erst mal mich hochkriegen Und dann muss der ADAC mein Auto abschleppen Schon wieder tot? Na klar Schon wieder tot Wir kommen Wir kommen jetzt sehr schnell voran Aber guck mal auch immer mit Rüstung spielen wir hier in Notruf Hamburg Das funktioniert noch sogar Das funktioniert noch sogar Also das ist perfekt Ich war da in lila Heftig gekillt Ey Natsiki Äh Very good Deutsch Very good Deutsch Muss schnell mitfahren Schlepp den mal ab Ja perfekt Oh das packt aber ganz schön krass So Ich steige jetzt hier ein Und dann warten wir mal mit den ganzen Leuten im Auto Familienausflug und so Let's go Boah geil Gleich wieder sterben Gar kein Bock Hahaha Autokorrektur Ja 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 Hätte ich auch jetzt gesagt Hätte ich auch gesagt Autokorrektur Der Klassiker Ihr kennt ihn nicht ne Die Autokorrektur Blames halt alles auf die Autokorrektur Warte Abfahr Ja aus Ja aus solchen warten Erzähl mal Finds die Affen Geil Koala Mir geht's gut Melani 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 Genau Melani Wie geht's dir Willkommen Stream Willkommen Oh das Auto Junge Junge Wie viel Auto Ey der ganze Wagen Ist ja jetzt schon voll Oder nicht Das gibt's Das gibt'n zwei Tage Bann Oh je Komm aus einer englischen Familie Komm 1 gegen 1 Das heißt jetzt geht's grad hier Äh Um mein Argument zu entkräftigen Na das aussieht schon wieder Oder was wollen sie mit mir mit dieser Aussage erzählen So Mal hier langfahren Wow Dann wollen wir mal die Karre entleeren Ne Dann wollen wir mal die Karre entleeren Hier Kartell mit Doppel L Weg Dann Ne hier ist keinem Wo war das Hier war einer Dann Amino Weg Hier vorne sitzt immer noch einer Familie DeSantos Weg Wenn wir da draußen Wie auf die Nerven gehen Ach er war safe low Okay der meint er war half low Ja schwarzer schwarz Ist immer nicht schlecht ne Ey geil Leute Ich bin wieder gestorben Können wir mal so nen Todcounter irgendwie machen Im Chat oder sowas Wie auch schon gestorben bin eigentlich heute Oh man Aber ich Also ich merke auf jeden Fall den Impact von diesen 10% von der Rüstung Den merkst du sehr krass gerade Und der ist insane Der ist wirklich heftig Viermal bisher Vierzehmal Zwei Milliarden Mal Und ein GG Ey das sind geile Zahlen auf jeden Fall Viermal auf Auf ein halbes Loco Dann sind vierzehmal Und jetzt Zwei Milliarden Oh man ey Er kann das alles nimm mir 19 Okay Wir haben 69 mal bisher Was für lustige Zahlen haben wir noch hier im Chat Festnehmen Warte mal Der arme Brea Oh Bei Otis packt Oh das Das hat ein bisschen sehr gebackt Aber aus dem Weg Ja So Den wir einsteigen packen Haben wir noch was hier Passagier 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 Ich hab die Karre ist jetzt leer Ne Kann das sein Fahrer Ja das sieht leer aus Dann wollen wir mal Raus Dass hier auch kein Zeils Tor gibt Finde ich auch ein bisschen komisch Aber okay Weil da muss man sich hier so durchquetschen Ah aus dem Weg bitte Kann ich eigentlich Sag mal Kann ich eigentlich 420 Auch schon eine hohe Anzahl ne Kann ich Genau Kann ich Crime Cops sein Warte mal Müssen wir das mal kündigen hier Strafanzeige Gucken wir mal kurz rein Von Tzatziki 109 mal angegriffen mit Ey Ich hasse das Spiel Also wie schnell man auch jetzt Down geht Ne Wie schnell man jetzt auch down geht Ich glaub da hast du keine Chance Wirklich Das ist Das ist insane schnell jetzt Also diese 10% Die hier jetzt Aktuell was das angeht Merkst du richtig krass Die 10% Merkt man richtig krass Also die sind wirklich insane Äh Muss auf Kannst du mich noch grüßen Bitte heiße Nico Ja okay Nico Schön dass du da warst Und sei gegrüßt Real talk Einfach Petition starten Dass äh Die mehr Mehr aushalten soll Hä Stand nicht gerade kurz Ob wir euch haben Pennen oder was ist da gerade los Oh mein Gott schnell Schnell die Schichtbetten Schnell weg hier Horror Szenario So So Jetzt werde ich ein Mensch Der Superlative Ich werde Leben retten Und äh Und ich werde Leben retten Ja weil Wir brauchen nur noch ein bisschen ne 2.5 brauchen wir mit 2.3 Das kann man werden Geht das eigentlich Sieht man das mal Das ist immer so schlecht hier ne Doch der hat die Weste an Haha Der hat die Weste an Ey Sieht da lachkig aus Wie ich aussehe gerade Lol Mega lustig So Dann warten wir mal Auf Äh Einsatz Dann hoffe ich mal Kriege ich jetzt einen Einsatz Dann werde ich Ähm Das machen was man macht Als äh Feuer Oh ich muss mal tanken sehen Ich muss mal tanken gehen Warum sehen eigentlich Die ganzen Feuerwehrautos In Notruf Hamburg So klein aus Guck doch mal diesen CLA da an Und dann so ein MAN Truck Das ist ja gar nichts dagegen Oder gegen so einen Sprinter Hä Der ist mega klitzeklein Also Notruf Hamburg Hat eindeutig ein Ja ein Skalierungsproblem Ne So klein wie die Fahrzeuge Manchmal hier aussehen Hallo Slime Willkommen im Stream Wie geht es dir? So Immer schnell tanken gehen Falls es einen Einsatz gibt Guck mal Das Ding ist sogar Hm Ich würde sogar sagen Es sind halt die Autos in Notruf Die viel zu riesig sind Genau Schieß mal da weg Da mal Dass man Platz hier haben kann Ich glaube es sind die Autos die zu groß sind In Notruf Hamburg So Weil irgendwie Der Wagen Ich weiß nicht Der LKW Der sieht so goofy aus Irgendwie Der hat so einen kleinen Ratschabstand Und dann Ich weiß nicht Das sieht irgendwie komisch aus Das sieht irgendwie nicht richtig aus Das ist irgendwie Ich weiß nicht Irgendwie Irgendwas stört mich an dem LKW Der sieht so So klein aus Warum steht der Notruf Hamburg Hä Warum steht an der Seite Die Feuerwehr Hamburg Warum steht der Notruf Hamburg Okay Ich glaube das ist ein sehr goofy Feuerwagen Der Feuerwagen ist sehr sehr goofy Aber Ich glaube das funktioniert Ne Weil wir mit dem das Licht gehen Ja Perfekt das funktioniert Guck mal hier Das sieht doch perfekt aus hier Einfachen Sondereinsatzkommando Der Feuerwehr Oder hier Das ist auch geil Einfach Polizei Aber als Feuerwehr Oh Feuer 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 Stein 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 Abfahrt Es ist ein Feuer ausgebrochen Es ist ein Feuer ausgebrochen Wir müssen schnell hin Wenn ich wüsste wo es hier lang geht Ich glaube ich bin im Kreis gefahren Wie da kann das sein Ja Im Kreis gefahren Boah Aber der Profi Das Gute ist an dem Feuerwagen Weil der ja so klein ist und so goofy aussieht Ist aber eigentlich voll wendig Der ist voll wendig Eigentlich Du bist der Beste Danke Jen Jen Ehre Ich bin Feuerwehr Polizei Fals bewerte mal meinen Skin Machen wir gleich Baby Lukas Machen wir gleich Einmal kurz hier Ne Einmal kurz hier Das Feuer löschen Die heiße Kiste Ich darf doch noch Ja das ist doch super Iris Oh Iris Eins und Beiden Einmal aus dem Weg Wow Was geht denn hier ab Einmal kurz die Barriere dribbeln Stark So Dann wollen wir mal Ne Dann wollen wir mal Fahr aus Wie geht es dir Mir geht es gut Wie geht es dir Ehre So Einmal hier Kannst du mich ARC abholen Meinst du beim ARC Oder den ARC Typen abholen Mir die ganzen XP Aber weg hier Geht gar nicht Cool Hallo Haha Ey Der staubt alles ab Ha Abgestaubt Hier ist dann Feuer Ich ja noch Sehr schönes Gesicht haben Da der Herr Alexander Blob Sag mal Wollt man so lächst Dass der Schlauch Abfällt Ne So Jetzt kann er Nichts machen Kannst du mich Beim ARC Abholen Hab kein Auto Wollen wir doch gucken Ne Wenn da kein Einsatz Kommt So Wollen wir mal Haben wir hier Abstaub Zack Ne 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 Ich bin kein Cop Also ich bin Auf jeden Fall Kein Cop So Dann sollte Das Feuer Hier Gelöscht Sein So Dann wollen wir mal Weiter Dann wollen wir mal Wieder abdüsen Hier Geil Festhängen RP machen Oder auch Extrem viel Speed drauf Im Rückkehrsgang Der Wagen Das ist auch Geisteskrank Ey Einmal hier durch Hier Danke Ganz normal Tag in Hamburg Ganz normal Tag in Hamburg Oh Mann Oh Mann ey Mein Gott Einmal hier rauskommen Erwin Oder gesagt Felix Wann Streamer Modus Wir brauchen Den Streamer Modus Wollen wir es Als VIP Command Mehr will ich doch gar nicht Nö Jetzt war ich jetzt hier lang Das ist mir jetzt egal Jetzt war ich denn hier lang Einfach Hallo Bin ich zu spät? Nö Bist du nicht zu spät Wir sind hier Am gechillten Spiel in Notruf Hamburg Ja Ne Bin tot Vor dem ADAC Oh Das ist natürlich nicht so gut Machen wir Richtung Ende des Streams Machen wir Richtung Ende des Streams Dann machen wir mal ein paar Calls Und ähm Ja Boah So Ja wenn du nach Dings kommst Wenn du zum äh Zur Feuerwache kommst Hier dann kann ich den Skin bewerten Boah Baby Lukas Also besser geht es nicht Wirklich Einfach Der Hübsche Einfach Der Hübsche Oh 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 Ein Feuer ist ausgebogen Keine Zeit zum Quaseln Wir müssen handeln Wo ist diesmal? Äh Ah Muss wenden Ich muss wenden Oh Oh Wow Aber die G-Klasse ist schon riesig Wirklich Aber jetzt hören wir gerade erst jetzt auf Wie riesig die G-Klasse Gegenüber dem Feuerwagen ist Das ist crazy Das ist realtor crazy Das ist realtor crazy Das sieht echt krass aus Ja warte Ich hole dich gleich ab Wenn ich daran denke Ich muss einmal mich durch den Straßenverkehr von Hamburg kämpfen Und dann muss ich einmal nochmal ein Feuer löschen Was meinst du Baby Lukas? Meinst du live oder was? Kann da sein, dass das Sommerloch langsam kommt Das Sommerloch kommt Das heißt alle sind draußen Und konsumieren nicht mehr YouTube so viel Ne? Ah leid Der wurde so weit genockt Einmal drüber fahren wir mit dem Bugatti Und jetzt Achtung Der hat Profi Eher perfekt gelandet Amitranten So machen die Profis das Mit dem neuen 3.3.3 Update Ey schon wieder geskillt Das gibt es auch nicht Aha Guck mal wer da gejoint ist Der Stormy Yo Stormy Weil du ja gejoint bist Und dieses Video ja safe sehen wirst Oder in den Livestream Ähm Ja ich will noch den Feuerwehrmann machen Den Polizisten Fahrradpolizisten Der wird noch kommen Also keine Sorge Falls du das jetzt siehst Oder sowas Hab ich nicht vergessen Jo Kann ich grüßen Heiß Iman 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 Sei grüßt Ja gelesen gehört Du weißt Was ich meine Ich hab's hier so geschrieben Per Discord Ich meine Das hab ich auch sogar geschrieben Aber Ich merke schon Du bist da Moderator Bist du zu abgehoben Deswegen wollte ich Lass mich nicht zurückgeschrieben Oder sowas Aber ey Ist schon kein Problem So easy Wirst mein Herz noch nicht brechen So easy Wirst mein Herz noch nicht brechen Oh nein Der Anzeigen Hauptmeister Ist hier Schnell weg hier Obwohl nein Das ist nicht der echte Der hat das Fahrrad nicht Der hat mein Fahrrad nicht Das ist nicht der echte Das ist ein Fake Das ist ein Fanboy Das ist ein Fanboy Mit einem Bugatti am meisten Jo Okay Tschüss Obwohl Naja Laut seinen Aussagen Safe Wäre schon finanziert Würden die halt bloß wahr werden Ne So Müssen wir jetzt irgendwie zurückfahren Müssen jetzt irgendwie wieder zurückfahren Alle wie die letzten Säue fahren sie hier Keiner kann fahren Richtig vernünftig Einmal einsteigen hier Ich nehme jetzt mit Wenn das geht dann ist voll Ich gucke mal kurz Oh da war wer drin So Jetzt weiter geht's Einmal hier Einmal hier tauschen Einmal hier einmal Garten tauschen Einmal kurz Garten tauschen machen Hallo Sag mal Oh anstrengend Hier vorne zu kommen Ich werde By the way Ab den Zehnten Werde ich auch jetzt wieder Die Ähm Ostermerch Sachen wieder raushauen Mit einem neuen Tophead Also dann In der Farbe grün Das heißt Wenn ihr das nicht verpassen wollt Dann auf jeden Fall Nicht vergessen Mein UGC Shop Also den Fanmerch Er gesagt Abzuchecken Wow Mann Es ist ja wieder Am Weg Das gibt's doch nicht Hat er sie beruhigt Hat er sie beruhigt Okay Mann Och man Ey du kommst In dem Game nicht voran Es ist Es ist so schlimm Ne 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 Ich verschenke Keine Robux Also ansonsten Die Leute nachher Nur in den Sim Für die Robux Ich brauche Einen Ramp Buggy So schlimm In diesem Game Wirklich Einen Ramp Buggy Das wird meine Das wird meine Meine Seele Befreien Hi Kennst du ihn noch? Boah Kein Plan Kein Plan Aha Der Stormy Wir brauchen Streamer Modus Eben Hör was man Du besagt Hör was man Du besagt Sonst komm ich Hier kaum raus So Andere Seite So Wollt es haben Und zwar hier zurück Fangen wir aus Ultimative Frage Emden oder Hamburg Naja Emden und Hamburg Ist halt so eine gespaltene Schwertdurchsagenheit Es gibt Sachen in Emden Die es halt nicht in Hamburg gibt Aber wiederum gibt es glaube ich Meine ich auch Sachen hier Die es nicht in Emden gibt Wow Oh Gott So So angekommen Meine Güte Aha Jetzt ist er der richtige Hauptzeigenanzeiger Sehe ihn an Der echte aller echte Hauptzeigenanzeiger Mann Mann Dieses Fahrrad Wo hast du das denn her Das kann ja nur von mir kommen Ist das schlecht wieder Oh Ein Feuer hat es ausgebrochen Bro Du kommst ja nicht mehr raus Ne Jo Ähm Streamer Modus Streamer Modus Wir wollen einen Streamer Modus So Let's go Let's go Let's go Wir fahren Oh Fangen wir hin Hier lang Oh nein Die Kirche brennt Jetzt mal aus Wie ein ganzer Haufen an Schläuchern In den Dingen klemmen Oh Abgestaubt noch sogar Ich bin's einfach Und dann stell dir mal vor Das Gebäude einfach hier Mit einer Leiter Mit einem Leiterwagen löschen Wie geil das wäre Das mit einem Leiterwagen Jetzt löschen wir noch Das wäre Ein Traum Das wäre Ein Traum Wäre das Oh Hier brennt Hier Das ist aber krass An der Kirche Aber auch Gottlos viel Ach nee Ist der Schlauch Abgerissen Wieder Egal Hier ist einer Kannst du mit der Team Polizei Also heute Team Polizei Ist unmöglich Ich bin glaube ich Am Anfang Streams glaube ich Zehnmal weggeknüppelt Also Team Polizei Heute Heute ist sehr schlimm Team Polizei Weiß nicht Wenn ich heute Team Polizei sein will Da hinten brennt's So Perfekt DLK eingetroffen Yo Bro Ich habe gedacht Stell dir vor Aber nicht Dass wir eine DLK Verbrauchen Gerade Oh Mann Oh Gott Das übliche Problem Wie immer Wir brauchen Einen Streamer Modus Komm ich hier raus How about A little bit Rauskommen So A little bit Ist noch rausgekommen Boah Boah Jungen Was ein Krieg Auf der Straße Das ist Inszenen Ich muss noch Neue raus Ich muss raus Bitte Heute ist es ja Sehr anstrengend Wenn man eventuell Sehen kann Ich bin aber Unsicher Bro das ist sehr schlimm Heute Du kommst ihn nicht weg Snipping Tool Warte Echt Alle außen Wege Es gibt sonst Eine Anzeige Der Anzeigen Hauptanzeiger Hat gesprochen Der Anzeigen Hauptanzeiger In meinem Auto Hat angesprochen Wie er in meinem LG rein kann Mit dem Fahrrad Aber okay Bro das ist Unmöglich Ja das stimmt Stormy Das wäre mal Eine Überlegung wert Einfach mal so Einfach just for fun Mal so einen Server Da joinen Und mal gucken Und ein bisschen RP machen Ähm Ja 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 Muss halt nur Hier rauskommen Oder Abi Felix Macht Für Content Creator Extra Heiztüren Modus Ich meine Durch so Welche Blamagen Durchfahren Kann Kurz Ohne Hängen Zu Bleiben Ähm Ich denke an Ab wie rauskomme noch Oder rauskommen soll Ich glaube Wir laufen Wir laufen Das ist das Beste Das machen kann Bisschen zu Fuß Laufen Zum Feuerwehr Patten Ist ja nicht Ist ja nicht weit Im Fernsehen Wie heißt Roblox Ist oben In Chat Angepinnt Habe ich schon mal Stormy Das Ding ist Dann hat er gesagt Er weiß davon Aber es hat nie Was passiert Deswegen Es hat nie Was passiert Das fand ich Bisschen Aber mal auf so einem RP-Star aufzugehen Wäre mal lustig Glaube ich Im Stream Wir können Vielleicht euch Jetzt schon machen Ich weiß nicht Was man da machen Muss Man dann so ein Einreisegespräch Auf Cringer Basis Machen muss Das frage ich mich Ja noch Oder noch so ein Cringiges Einreisegespräch Machen Oder kann ich einfach Sagen Yo Leute Ich bin YouTuber Jetzt Sonderrechte Fällig Bro du kommst Da nicht raus Es ist halt Unmöglich Gibt es dann auch Gibt es dann auch Dort Stormy So schöne Importautos Für ein paar Hundert Euro Kappa Bro du kommst Ja einfach Nicht raus Es ist Ne ne Keine Okay HDRP Hat gerade sogar Eine RP Session Mhm Wir laufen einfach Zum Einsatz Ey es ist kein Problem Bro Wir laufen Zum Einsatz Oder wir nutzen Auch die Macht Des Game Passes Aus Pay to win Kappa Ah Weg Ja Bin ich Fröhlich auf die Idee Kommt mit dem Ding Zu fahren Hm Egal So jetzt kann ich Äh Gar nicht Regen Weil ich schnell genug Bin wie der Wind Boah Da war Da war Ein Shit Im Weg Aber wie muss ich mir So was vorstellen Also jetzt mal Retalk Ich hab's noch nie gemacht Wie muss ich mir So was vorstellen So Es ist dann immer Es läuft dann immer Wie ein RP Server Dann ne Hm Können wir uns dann mal Umgucken beim nächsten Mal Nächsten Äh Nächstes Wochenende Machen wir einfach Äh Gehen wir auf den RP Server Machen da mal RP Ah ok ok Wow Oh jetzt gleich Warte Hat lange ausgehalten Wollte ich grad sagen Aber dann kam So ein Bugatti Fahrer Und hier ist Gar nichts mehr Ok 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 Ach man Diese doofe Kurve Wirklich Der allerechte Enotate In seinem Allerechten Bugatti Oh man ey Ich kann das alles nicht mehr Ich hab so tiefe Schmerzen Bin mal weg bei Ok Schön dass wir da Slam HD Willkommen Ne Warte mal kurz Wart Wart Wann kauft man die mit Ey Leute Ihr macht mich schon fertig Ihr macht mich schon fertig Ich kann das alles nicht mehr Ich wollte auch mal cool sein Ja klar Jeder darf noch ein bisschen cool sein Ne Ne Deswegen Ich erlaube es euch Ein bisschen Jedem mal cool sein Ne Nicht zu cool sein Weil dann ist halt Die cool ist so raus Aber ein bisschen cool sein So ne Ein bisschen cool sein Ist erlaubt Ein bisschen cool sein Ist erlaubt Aber nur ein bisschen Nicht zu übertreiben Ne Boah warum hat denn Erwin hier in Buschen geklatscht Das ist doch das Schlimmste Was es je gab Aber meistens Weil du durch den Busch Wie durch den Feldern Nicht durchfahren kannst Oh schnell raus hier Bevor Bunker IP Macht ihr mit mir hier Warte 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 Oh geht drüben Da kommt keiner durch Haha Ja So Easy Kein Problem Für den Profi Wow Egal Ich bin da drüber Fahren Kein Problem Monster Truck Action Oh jetzt die Kurve Wir damit nehmen Hey Ich bin hier fest Also Geile Karre So Heute ist ein sehr anstrengender Stream Heute ist ein sehr anstrengender Stream heute wieder Merke ich wieder Und wir sind hier festgefahren Mit dem kleinsten Oder was geht Genial Geil Oh das weiß ich Ich weiß welches Spiel Du meinst Slime Aber ich weiß nicht Ob ich die jemals Da gegessen habe Ah Nein 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 Oh mein Gott So Einmal raus hier Oh ist das schlimm Ist das schlimm Wirklich Heute ist ein ganz 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 anstrengender Tag Wieder Vorhin Feuer hat es ausgebrochen Wenn wir es mal so vorhin tuckern Das ist hier ums Eck Sieht er noch aus Wieder bei der Kirche Weil bei der Navigation Die Kirche mal reinkackt Man kann auch von hier rein Ne Ja Einmal rein hier Und dann einmal Ach Mist Der Ding wird jumpt Einfach der Negen wird jumpt Egal ey Kein Problem Abfahrt Jetzt wird abgespritzt Hier Zack Das Ding wird weggespritzt Hier mit dem Wasser Dann wollen wir mal Schau deinen Stream Und baue nebenbei Lego Technik Batmobile Hab heute Geburtstag Erstmal herzlichen Glückwunsch Zum Geburtstag Viel Spaß damit Und Ehre So Gucken wir mal Wir brauchen auf jeden Fall Circa 300 XP Dann sollten wir Eigentlich Leitstellen Einsatzleiter Freischalten können Macht Lust So den haben wir auch gestaubt Ist das gottlos Wirklich Gegebenenfalls Mit etwas Glück Haben wir jetzt schon Den Einsatzleiter Freigeschalten Dann müssen wir Mal gleich gucken Das war es schon Ne Kann das sein Das war es schon Oder Ne Das war es glaube ich schon Ne Ich glaube Hier gibt es nichts mehr zu machen Leitstellen Einsatzleiter Na klar Classic Ich sehe da kein Problem Aber du Ich sehe da kein Problem Bro Also Die Autos müssen jetzt Überarbeit werden Im nächsten Update Sonst kriege ich langsam Wirklich einen Rappel Die kommen diesen kleinen Bordstein nicht hoch Und haben keine Handbremse Keine vernünftige Es ist Zeit Notro Farmbock Sonst gibt es Eine Ansage Keine Anzeige So eine Ansage Wow Kommt sie nicht raus Ne Weil diesen Dummen Huckel Der nicht hochfahren kann Aber weg da Zocker Machen wir einen Abgang Danke Muss noch kurz mit meinem Dicken Gefährt hier mal Durch Jo Und das Auto durch So Boah Raus hier Raus hier So Wir gehen mal kurz Zur Feuerwehr Das sollte eigentlich reichen Für den Ich zitiere Leitstinn Einsatzleiter Das ist wie Haupt Hauptanzeigen Ne Anzeigen Hauptanzeiger Oder wieso Warte Warte Achte 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 Oh Voll daneben Okay Das ist Lachkick Ey Das ist Legit funny Manchmal Robert Park Und jetzt Wieder hier Mit seiner Dicken Karre Wieder Davor So Dann Waren wir mal Kurz Ich Ich Setz Mal kurz Hinsetzen Und kurz Warten Mal kurz Hinsetzen Bisschen Warten Ich mal Sagen Ja 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 Bro Ich hab mich noch Panic Sekunden hingesetzt Jetzt Alles zugemüllt Wieder Das ist schon Das ist schon Geisteskrank Ist das Oh Oh Gott Ach Das Wetter macht mich echt müde Das ist echt so schön warm Zu schön warm Paras Kannst du Mein skin Bewerten Ist sogar mit dein Merchandise Wer bist du denn von den ganzen Leuten Du bist doch wie Lukas Ich sehe nur einen Der so aussieht wie ich Bisschen Stormi Stimmt das Gibt es eine DLK Die wirklich sich Bewegen lässt Fragezeichen Ausrufezeichen Ist das ein Ding Ist das True Hab Videos gesehen Okay Und wo hast du Videos gesehen Bei wem Wo haben sie diese Videos gesehen Wenn ich fragen darf Äh Querde vertraue mir Bro Oder wie Aha Sah ja irgendwie an So ist fertig Aber Ja So ist jetzt Einsatzleiter Ne Jetzt Ne Oh Jetzt noch nicht Warte So Haha Leute ich bin es jetzt Der Übermensch Der Einsatzleiter So was haben wir denn hier Boah Da kann ich mir die Hände wieder reiben Fahrzeug freischalten Fahrzeug freischalten Fahrzeug freischalten Fahrzeug Kann man nicht freischalten Okay Da finden wir die ganzen EP Dann noch Boah Das ist mein TMG ILW Oh Ja Geil Ich bin es einfach Einsatzleiter Also Einmal alle aufstellen Ich mache jetzt hier mal kurz Die Einsatzleitung Ähm Bestimmen wir uns nicht auf Hier gibt es Halbwegs Platz Ähm Das war vor sechs Monaten Ah Okay Geil 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 Ja Warten wir jetzt mal so Drehleiter eventuell Das wäre ein Banger Update Auf jeden Fall Auf jeden Fall Bin ich jetzt hier der Einsatzleiter Ne Der Einsatzleiter Leider bin ich der Einsatzleiter Und Und Wie groß das Auto ist Oh mein Gott Ähm Auf jeden Fall Als einer Leider Leider Ich euch den Einsatz vor Und Ähm Ich sage Was macht denn das Polizeiauto hier Wer hat denen wieder eingeladen Den Heinz Peter Warte wir müssen da oben Da ist doch irgendwo noch hier ein Office Raum Wartet nochmal Da oben gab es doch Ein Office Räumchen Wart mal Der war glaube ich hier die Tür hoch Äh die Leiter hoch ne Ich glaube der war ja hier irgendwo war der So So Machen wir mal gescheites RP hier Wir machen jetzt mal gescheites RP hier Oh Bin vorbeigelaufen Ne Ist das nicht Nein Nein Das war anders Meeting Meeting So Feuerwehr Hamburg RP Also einmal bitte hinsetzen Perfekt So einmal bitte hinsetzen Mal bitte hinsetzen Genau Einmal bitte hinsetzen hier Einmal bitte alle hinsetzen Jeder Einzelne bitte mal hinsetzen Hey wie geht es euch Auch wie geht es dir Fahrst du mir geht es gut Hallo einmal wieder hinsetzen Ich bin jetzt jeder Einsatzleiter Einmal wieder hinsetzen So viel RP gemacht gerade Also Der Herr der da auf meinem Podest steht Einmal runter vom Podest Ich will hier gerade eine Verkündung machen Aber sie stehen ja gerade mir auf dem Podest drauf Genau geil wie der neuesten Update Irgendwie bei manchen Leuten die Waffen nicht mal gezeigt werden Sieht auch sehr geil aus Ähm Okay Ich mach mal hier die Einladung Ich sag mal jetzt mal Ich mach jetzt mal Warte mal Warte mal Helm ab erstmal So Wenn ein Helm ab ist Kommt ein neuer Helm drauf So Also Ich Fahr aus Der Einsatzleiter von Hamburg Ja 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 Ähm Sage hiermit Dass ich kündige Ich kündige jetzt Ja ja Tschüss 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 Ihr könnt mich mal alle Tschüss Ich hab gekündigt Haha So Ich hab jetzt auch gekündigt So Wow Ich wusste gerade dass es geht Krass Krasses Feature Features die keiner nutzt Aber sie gibt es So Einmal weg hier Mein Auto steht da hinten Einmal weg Und dann hab ich den Einsatzleiter damit freigeschalten Das ist doch super Das ist doch super Oh Wir müssen mal tanken sich gerade Ne Ey Dem Car Kein Oh mein Gott Oh Wie er weggenatzt wurde Haha Sein Auto So Einmal kurz hier durch Den muss nochmal kurz Oh warte mal Abbremsen Ach man Drecksding Einmal Anken gehen Einmal bisschen Anken Ha Easy Man Man Das ist mein Auto Wieder kaputt Am Alia C Hilfe Einmal bitte Hilf Mein Auto ist kaputt Mein Auto ist kaputt Ich bräuchte mal bitte Einen ADAC Menschen Der mit mir Ein bisschen BRP macht Und mein Auto Abschleppt Kannst du Mein Skin bewerten Irgendwann Anders mal By the way Sollen wir mal machen Während wir auf den ARC warten Mal mit ein paar Leuten in ein Call zu gehen Sollen wir Das mal machen Egal Was machen wir Jetzt mal Kommen Ähm Ist Koala da Warten mal Koala So dann gehe ich mal hier in die Live Aufnahme rein In der Zeug Wo wir kurz mal Da kommt das schon Dann steige ich schon mal ein In der Zeug Warten Wenn wir mal auf meinem Disco Dann ein paar Leute Reinholen Mit dem wir dann reden werden Und äh Ja mal gucken Mal gucken Wie ich mal sagen So wir haben einen Interessenten Zwei Interessenten haben wir gerade Sehe ich Drei Interessente Vier Interessente Ähm Nehmen wir schon den hier Komm der ist gut Der ist safe gut Hallo Du bist gerade live Ah man hört dich gar nicht Wart mal kurz Einen Moment So Jetzt hört man dich Jetzt hört man dich So was willst du Koala Du willst RP machen Würde ich mir sagen Okay Ja Du willst zu Hören willst du Also du meinst Du willst hier mit moderieren Oder wie Ja 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 Ey Kann ich Gar nicht nachvollziehen Man hört Ihn nett Warum hört man ihn nett Ist das Geh mal kurz Man hört Ihn nett Warum hört man ihn nett Ist das Geh mal kurz Man hört ihn nett Wirklich nicht Wart mal Wir haben es verkackt Wart mal Wart mal Ey Leute Ich hab gut Wir haben es verkackt Ey Warum hört man ihn nicht Was für Selbstgespräche Ich hab Psychosen Habe ich Aber warum hört man das jetzt nicht Wart mal Das ist Weird Aber er hat das gut hier erkannt Deswegen Ja ja Es schlägt aus Eigentlich Also übertrag mal kurz Geh mal Aber rüber jetzt Okay Ich hab mal kurz Rüber jetzt Hä wie weird Man hört das einfach nicht Na Aber man hört doch mich nur Oder bin ich grad blöd Also ich hör Koala nicht Oder Leute Hört ihr Koala Ja Discord ist ja an Das ist ja alles Über OBS Das ist separat Deswegen wundert es mich Ja gerade Ähm Ich guck kurz nochmal nach Glaubst du Wart mal Kann man kurz deaktivieren Wart mal Jetzt mal Jetzt mal Ne Immer noch nicht Ey Leute Funktioniert Mega geil wieder Ich weiß nicht Was wieder los ist OBS Auf die 1 Hä Aber das schlägt ja aus Das macht gar keinen Sinn Irgendwie gerade Ja Ich seh hier ausschlagen Also es macht eigentlich Gar keinen Sinn Ja Alles Leute Ich werde jetzt Gespräche reden Einfach Das heißt Ihr werdet die Leute Nicht hören Aber ich kann sie hören Kappa Ich weiß gar nicht Was ist Ganz ehrlich Ne Das Macht keinen Sinn Wart mal Ich geh mal kurz In die andere Szene Ein Moment Da gehen wir in die Aufnahmeszene Da funktioniert Eigentlich Red mal kurz Ich geh mal Jetzt mal rein Ja Ey Gar kein Keine Ahnung Was da abgeht Was kaputt ist Wie da hier Im Livestream Aber Funktioniert nicht Ja Kein Plan Ey Dann gibt es doch Keine Runde Zum Sneaken Zum Snorken Zum Talken Ähm Ja Ich mach mal Selbstgespräche Leute Ich mach mal Selbstgespräche Also Koala Redet ganz Und labert euch Schon zu Aber Irgendwie Selbstgespräch AP funktioniert Nicht Deswegen Koala Schön dass du da warst Hat das ja nicht funktioniert Aber machst du nichts Aber machst du nichts daraus Vielleicht nach dem Streamer So Bis gleich So Mal kurz gemutet Einmal Ey Gar kein Plan Ich hab kein Problem Dann machen wir das Irgendwie anders Oder so Wir machen Irgendwie anders AP Wir machen Irgendwie anders AP Okay Ähm Ja Ja Muss man am nächsten Mal gucken Vielleicht beim nächsten Mal haben wir es dann Beim nächsten Mal haben wir es dann safe Beim nächsten Mal haben wir es dann Dann wissen wir auch wie eventuell das funktioniert Und Wundert mich dass es gerade im Streaming zu hören ist Aber Machst du nichts Machst du nichts Aber ich würde sagen Ähm Ja Leider hat das mit den Leuten quasi nicht funktioniert Deswegen würde ich sagen Äh War es einfach auch schon für diesen Node Rove Hamburgers Livestream Weil natürlich das Wie schon Amino sagt Der Profi Streamer bin Deswegen Leute Würde ich sagen Äh Haben wir es hier drin Wir haben es natürlich nicht hier drin Wenn ihr immer seid Und auch ihren Frauen Dann lasst einfach ein Abo Da auf diesem Kanal Aktiviert die Glocke Das nächste Mal ist von Notruf Hamburg Mehr auf meinem Kanal verpasst Und ein Träumchen Wäre ein Träumchen Ein Däumchen Wäre ein Träumchen So rum Deswegen auf jeden Fall ein Like da lassen Falls ihr es noch nicht gemacht habt Und dann würde ich sagen Sehen wir uns am Dienstag Da kommt dann eigentlich das Q&A Video Das ich noch Äh Ja geplant habe Oder gemacht habe Schon seit Äh Ewigkeiten Da wird eigentlich das Q&A Video kommen Also wenn ihr noch Fragen habt Einmal reinknallen Und dann werde ich die am Montag dann alle auswerten Und dann aufnehmen Und äh Ja wie gesagt Einfach mal ähm Abchecken Und es wird auf jeden Fall cool Und erwartet noch ganz ganz viele Coole andere Videos Deswegen würde ich sagen Checkt auf jeden Fall die Gruppen aus Und ähm Haut rein Leute Und Ciao